Herzlich Willkommen hier bei Wielauf MMA. Heute gibt es wieder ein Porträt. Diesmal sprechen wir über Abdul Gaha Tajik. Den 60 Sekunden Fragenhagel und das Kurzinterview mit ihm haben wir bereits hochgeladen, also schaut da gerne auf YouTube und Instagram vorbei. Kommen wir aber mal zum Porträt und wie kam Tajik eigentlich zum MMA? Das Ganze hat vor 5 Jahren angefangen, damals aber nicht direkt MMA, sondern durch Kickboxen. Und durch das Kickboxen hat er Leute kennengelernt, die dann wiederum sein Interesse für MMA geweckt haben, bedeutet sein Background liegt im Kickboxen und damals kam er eben durch Kickboxen zum MMA. Es ist ihm aber mittlerweile egal, ob er im Stand kämpft oder auf dem Boden, aber er selber sagt, dass seine Stärke natürlich im Stand liegt, was auch Sinn ergibt, da wir es ja gerade über den Background aus dem Kickboxen hatten. Er kommt aus dem Fight Club Siberian Tiger, ein wirklich gutes Gym und dort geht er ungefähr 5-6 Mal die Woche trainieren. Das ist aber nicht alles, denn abseits davon geht er ebenfalls 2 Mal pro Woche joggen und macht da ein bisschen was für seine Ausdauer. 6 Wochen vor dem Fight hat er mit seinem Trainingscamp begonnen, das heißt 6 Wochen vor dem Fight gibt es eine intensivere Vorbereitung und dann gibt es ein richtiges Fightcamp. Selbst sagt er aber, dass er in dem Kampf an sich nicht unbedingt etwas anderes ist. Für ihn ist jeder Kampf etwas Besonderes und er bewertet jeden Kampf mit sehr viel Respekt. Nichtsdestotrotz will er auch hier eine gute Show abliefern. Er hat keine Angst unmittelbar vor einem Fight, er ist aber ein bisschen aufgeregt. Er selber sieht diese Aufregung aber als einen zusätzlichen Adrenalinschub, was für ihn einen positiven Effekt hat. Und auch Tajik hat eine Message für alle jungen oder auch alten Leute, die in den Käfig steigen wollen. So sagt er, man sollte Respekt gegenüber seinem Gegner mitbringen und sich gut vorbereiten für eine gute Show und natürlich sollte man Erfahrung mitbringen. Das sind spannende Aussagen, Respekt ist das A und O, finde ich auch gut, dass die Kämpfer das immer wieder vermitteln. Viele Kämpfer sagen, dass Respekt wichtig ist und das zeigt natürlich auch, dass es hier sportlich zur Sache geht und es am Ende des Tages ein Sport ist. Und Kampfsport ist ein Traum, Kampfsport liebt er, seine Familie unterstützt ihn dabei. Auf jeden Fall hat er noch zum Schluss eine Message an seinen Gegner und zwar, bereite dich gut darauf vor, es wird ein starker Kampf. Das nenne ich doch mal eine Ansage. Abdul Gahad Tajik sehen wir am 2. Oktober bei Wheel of MMA Nürnberg. Also schaltet live ein oder kauft euch die Tickets live für Nürnberg. Und dann war es das mit diesem Porträt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.